Hör mir zu. Ich sage dir, was dich erwartet. Eines Tages wirst du erwachsen sein. Du wirst eine starke, kluge, junge Frau. Du wirst zur Schule gehen, einen netten jungen Mann kennenlernen, wunderbare Kinder haben und du wirst erstaunliche Dinge tun. Und genau so wird es kommen. Denk nie, dass die Welt dir etwas schuldet. Tut sie nämlich nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Name ist übrigens Joy.